Das Vivi Payout wird noch für die nächsten Monate wahrscheinlich gesperrt sein. Wieso? Weshalb? Warum? Darauf gehen wir auf jeden Fall heute ein. Außerdem haben wir wieder mal ein Video bekommen, was uns hier eine neue Lizenz bzw. einen neuen Film ankündigt, wovon wir NFTs sehen werden. Wenn du auf jeden Fall wissen möchtest, was wir hier sehen werden, dann bleib jetzt auf jeden Fall am Start. Und jetzt würde ich aber sagen, let's go up ins Video. Willkommen an Bord, ich bin es, dein Captain, dein Vivi und Jimmy, den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall wissen solltest. Und ich würde sagen, wir starten an dieser Stelle heute direkt rein an diese sehr wichtigen Themen bzw. das erste ist relativ wichtig für euch da draußen. Ja, mit einem neuen Jahr dürfen natürlich auch nicht die Probleme fehlen und hier ist direkt zum Jahresanfang auch ein dickes, fettes Problem da. Denn ihr seht schon, Payout unavailable und ja, das hat seinen Grund. An dieser Stelle muss man ganz klar sagen, ist Vivi hier an dieser Stelle nicht schuld daran, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Denn der Payout Provider, Wire, wird einfach auch sein Geschäft auflösen. Dementsprechend wird das Ganze natürlich runtergefahren, das ganze Geschäft wird geschlossen. Dementsprechend hat Vivi hier auch keinen Payout Provider, jedenfalls, was wir wissen, momentan nicht. Dementsprechend müssen wir uns hier an dieser Stelle gedulden. Und was das Ganze jetzt für uns heißt, das werden wir sehen. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt erstmal die nächsten Monate kein Payout haben werden. Ich würde sagen, wir schauen uns aber hier nochmal das offizielle Statement von Vivi an, denn sie haben ja auch schon ein Statement abgegeben. Zusammen mit Ihnen allen erfahren wir heute Morgen von der bevorstehenden Entschließung unseres Zahlungsanbieters Wire. Und ja, deswegen, also ihr merkt schon, Vivi hat im Prinzip im Zuge von uns das Ganze auch erst mitbekommen und nicht das anscheinend vorher auch gewusst. Selbstverständlich sind natürlich deswegen auch alle Auszahlungen und auch alle Krypto-Ein- und Auszahlungen mit sofortiger Wirkung ausgesetzt worden, was natürlich die bestehenden Transaktionen angeht. Das heißt, wenn ihr gerade schon ausgezahlt habt, dann werden sie sich hier auf jeden Fall bemühen, diese auf jeden Fall ausstehenden, unvollständigen Auszahlungen zusammenzuarbeiten. Auszuarbeiten und dann natürlich euch entweder das Geld wieder gut zu schreiben auf eurem Konto in Gems oder dann halt wirklich, dass es auf eurem Bankkonto landet. Hier wirklich versucht Vivi natürlich ihr Bestes. An dieser Stelle liegt es aber tatsächlich wirklich hier an dem Drittanbieter und nicht an Vivi, wenn ihr euer Geld verlieren solltet. Sie schreiben hier auch, was ein sehr positives Zeichen ist, dass sie natürlich die Infrastruktur schon haben, um zu einem anderen Anbieter zu wechseln bzw. zu migrieren. Und sie arbeiten hier auf jeden Fall so schnellstmöglich dran, das Ganze auch umzusetzen. Aber sie versichern hier auf jeden Fall, es gibt keine Pläne, dass diese Funktion wirklich vollständig verschwindet. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall mit einer Lösung in den nächsten Wochen, Monaten mit rechnen können. Und dann wird das Ganze, denke ich, auch wieder freigeschaltet werden. Was das Ganze natürlich jetzt heißt, ob wir da nochmal eine Beta sehen werden oder nicht und eine Testphase usw. Das werden wir dann sehen. Ich kann mir an dieser Stelle sehr gut vorstellen, dass es nochmal eine Testphase von einigen Wochen nochmal geben wird, was das ganze Payout-Thema angehen wird. Ich werde dich aber natürlich selbstverständlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten, wenn es irgendwelche Updates zum Thema Payout gibt, wenn das Ganze wieder funktioniert oder wir einen anderen Provider haben. Aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig für dich da draußen, dass du weißt, warum momentan kein Payout verfügbar ist. Und ansonsten schauen wir uns doch aber mal was Positives an und zwar nämlich hier ein Video von Vibi und ja, ihr seht jetzt schon hier, das läuft da hinten. Ja, mir persönlich ist dazu nichts eingefallen, als ich dann aber einen anderen Clip gesehen habe, der mir zugeschickt wurde. Ja, war das eigentlich mehr als offensichtlich, wenn man sich das ganze Video wirklich anschaut, worauf das hinauslaufen wird. Und ich würde sagen, wir schauen uns das auf jeden Fall mal an und zwar dieses Video hier und zwar ist es nämlich von RoboCop. Und ja, wie ihr seht, das sieht eigentlich fast eins zu eins genau so aus, wie das hier im Prinzip auch Vibi gemacht hat. Dementsprechend, ja, kann man ja eigentlich schon fast mit 100%iger Genauigkeit sagen, dass wir RoboCop hier an dieser Stelle confirmed haben. Das heißt, wir sehen hier im Prinzip dann diese Lizenz. Wer sich jetzt fragt, hey, haben wir jetzt hier eine mega krasse neue Lizenz mit an Bord? Nein, das Ganze gehört zu MGM und dementsprechend, ja, ist das mal im Prinzip ein weiteres Teil aus dem MGM-Kasten, der hier im Prinzip gejobbt wird. Und ja, insgesamt gibt es drei Filme. Es gibt aber auch noch eine Neuverfilmung aus dem Jahre 2014. Und jetzt wird sich natürlich der eine oder andere fragen, der vielleicht nicht, ja, aus den 1987er Jahren kommt oder aus den 1990er Jahren. So wie ich zum Beispiel, ja, wie populär ist denn das Ganze jetzt eigentlich und was bringt das jetzt überhaupt so an Fans auch mit? So wie ich es mitbekommen habe, scheint es aber doch eine recht gute Akzeptanz zu haben, keine sehr gute. Aber es scheint auf jeden Fall bei einigen Leuten bekannt zu sein und dass es auch einige Leute sehr cool finden. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier unter den erfolgreichsten internationalen Filmen 1987 findet man hier tatsächlich auf Platz 15 den Robocop-Film Nummer 1. Und das tatsächlich mit einem Einspielergebnis von 53 Millionen US-Dollar. Und wenn man sich hier das mal in Verhältnis anschaut zu vielen anderen Filmen wie zum Beispiel Superman 4 oder zum Beispiel auch hier James Bond, ja, dann hat tatsächlich Robocop mit 53 Millionen Einspielergebnis doch sehr, sehr gut abgeschnitten. Und ist hier auf jeden Fall mit Platz 15 international auch sehr gut aufgestellt. Was tatsächlich die beiden anderen Filme angeht, kam es tatsächlich nicht allzu gut an. Dort ist er nicht mal in den Top 20 aufgetaucht. Dementsprechend wahrscheinlich nicht allzu beliebt gewesen die anderen Teile, beziehungsweise nicht allzu gut gewesen. Aber der erste Teil hat auf jeden Fall hier einen sehr guten Eindruck anscheinend hinterlassen. Sonst wäre hier auf jeden Fall das Einspielergebnis nicht so hoch gewesen. Wenn es natürlich weitere Informationen gibt zu dem Robocop-Job, dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich rechne damit, dass wir das aber tatsächlich am Samstag sehen und natürlich mit dem Robocop selbst als Charakter. Das ist, denke ich, selbstverständlich. Was wir dann noch für Collectibles dazusehen werden, das werdet ihr dann sehen. Ich werde dich aber natürlich hier auf dem Laufenden halten. Deswegen, wenn du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, mach das jetzt auf jeden Fall sehr gerne. Dann knacken wir vielleicht jetzt auch mal die 600 Abonnenten. So, und das war es an dieser Stelle schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat und dir Informationen gebracht haben, die du auf jeden Fall noch nicht wusstest, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenmiddag oder Abend. Bis dahin, danke. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.